Ferien, extreme Boosts, also Herbstferien, lasst, glaube ich, die ganze Kantone, wo irgendwo auf Sardinien... Also in Sardinien haben wir aber auch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, als das italienische Radio an einem Spieltag, das ist crazy zum Beispiel. Also dort hast du natürlich massive Peaks. Die Leute machen alles mögliche. Du weisst, kochen, ähm, eben spazieren, quer, Skifahren sogar. Also weisst, alles.